Ich stelle euch heute ein Let's Play SimCity DLX, also Deluxe, einfach kurz gesagt, vor. Heute mal kein Minecraft Let's Play. Ja, dann zeige ich euch mal. Hier habe ich schon mal eine große Stadt gebaut. Ja, diese Stadt habe ich Berlin genannt. Ja, so groß ist meine Stadt ungefähr. Ja, hier habe ich halt den Fernsehturm gebaut, das Brandenburger Tor. Ja, und nun habe ich ein Problem. Die Stromversorgung ist schlecht, Wasserversorgung und ich habe wenig Kohle. Ja, dieses Spiel ist halt sehr schwer. Ja, man muss hier einfach für die Städte sorgen und das erleichtert es einem nicht wirklich. Ja, dieser Teil, der soll halt dann noch voller werden. Da habe ich eine Statue, Big Ben. Noch das Brandenburger Tor. Ja, hier noch 10.000 Hochhäuser, Bahnhöfe. Ja, alles was man so brauchen kann. Eine Mülldeponie habe ich auch noch gebaut, die kann ich euch zeigen. Da, einen Wasserturm habe ich auch. Ja, ähm. Ich versuche mir das hier leichter zu machen. Da habe ich auch nochmal so einen, wartet, das zeige ich euch gleich mal. Ähm, das Ding, hier Pumpstation, Alter maximal 2 Jahre, 110 Jahre, check ich mich. Mit Strom, ja. Maximale Kapazität, ähm, 1500 Tonnen pro Monat. Ähm, aktuelle Kapazität, ähm, Kapazität, ähm, 1488 Tonnen pro Monat. Nutzung, 564 Tonnen pro Monat. Wasserverschmutzung, gering. Ähm, das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, dadurch, dass es eine Pumpstation ist. Ja, habe ich verstanden. Ja, ähm, das könnte ich jetzt wieder wegmachen. Ähm, warte, ähm, dann zu unserem nächsten Let's Play 2, dann zeige ich euch mehr. Tschüss.